Oh, 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 ich nehme mir Oh, 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 ein buntes Stück Papier Und egal wie, ich reiß' nen Schnipsel raus Und mit Fantasie wird da gleich was Neues draus Ist das eine Zitronenspinne oder ein Kugelfisch? Schau mal, die Giraffe kehr da, das ist ein runder Tisch Oh, 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 ich nehme mir Oh, 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 ein buntes Stück Papier Und mit Fantasie und egal wie, ich reiß' nen Schnipsel raus Und mit Fantasie wird da gleich was Neues draus So sieht ein Blauschnabelvogel aus Das ist eine Zwergenmütze Das ist eine Blaukopfmaus Oder eine Dreiecksfütze Oh, 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 ich nehme mir Oh, 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 ein buntes Stück Papier Und egal wie, ich reiß' nen Schnipsel raus Und mit Fantasie wird da gleich was Neues draus Das ist ein Tausendfüßler Nein, ein Hockeyschläger Das ist eine Schlittenkufe Für mich ist das ein Hosenträger Wow, 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 ich nehme mir buntes, wow, wow, ein buntes Stück Papier und egal wie, ich reiß' nen Schnipsel raus und mit Fantasie wird gleich was Neues draus. Wow, 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 ich nehme mir, wow, 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 buntes Stück Papier und egal wie, ich reiß' nen Schnipsel raus und mit Fantasie wird gleich was Neues draus. Ist das eine Zitronenspinne oder ein Kugelfisch? Nimm mal die Giraffe gerne, das ist ein runde Tisch, wow, 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 ich nehme mir nur, wow, 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 ein buntes Stück Papier und egal wie, Ich reiß' nen Schnipsel raus und mit Fantasie wird gleich was Neues draus. Musik So sieht ein Blauschnabelvogel aus, das ist eine Zwergenmütze, das ist eine Blaukopfmaus oder eine Dreiecksfütze. Wow, 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 ich nehme mir, wow, 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 ein buntes Stück Papier und egal wie, ich reiß' nen Schnipsel raus und mit Fantasie wird gleich was Neues draus. Musik Das ist doch ein Tausendfüßler, nein, ein Hockeyschläger, das ist eine Schlittenkurve, für mich ist das ein Hosenträger. Wow, 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 ich nehme mir, wow, 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 ein buntes Stück Papier und egal wie, Ich reiß' nen Schnipsel raus und mit Fantasie wird gleich was Neues draus. Musik Wow, 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 wow Ich nehme mir ein buntes Stück Papier und egal wie, ich reiß' nen Schnipsel raus und mit Fantasie wird gleich was Neues draus. Ist das eine Zitronenspinne oder ein Kugelfisch? Schau mal, die Giraffe Gerga, das ist ein runder Tisch. Wo, 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 ich nehme mir, wo, 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 ein buntes Stück Papier und egal wie, ich reiß' nen Schnipsel raus und mit Fantasie wird gleich was Neues draus. So sieht ein Blauschnabelfogel aus, das ist eine Zwergenmütze, das ist eine Blaukopfmaus oder eine Dreieckskürze. Wo, 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 ich nehme mir, wo, 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 ein buntes Stück Papier und egal wie, ich reiß' nen Schnipsel raus und mit Fantasie wird gleich was Neues draus. Das ist doch ein Tausendfüßler, nein, Eishockey-Schläger. Das ist eine Schlittenkufe, für mich ist das ein Hosenträger. Wo, 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 ich nehme mir, wo, 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 ein buntes Stück Papier und egal wie, ich reiß' nen Schnipsel raus und mit Fantasie wird gleich was Neues draus. Wo, 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 ich nehme mir, wo, 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 ein buntes Stück Papier und egal wie, ich reiß' nen Schnipsel raus und mit Fantasie wird da gleich was Neues draus. Ist das eine Zitronenspinne oder ein Kugelfisch? Schau mal, die Giraffe Gerda, das ist ein bunter Tisch. Wo, 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 wo ich nehme mir wo 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 ein buntes Stück Papier und egal wie ich reiß nen Schnipsel raus und mit Fantasie find da gleich was Neues draus Check it out! Das ist der BAMBAMBAMBAMBAMBAM Das ist ein Tausendschläger, nein, ein Hobbyschläger, das ist eine Schrittenkurve, ist das ein Hosenträger? Oh, 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 ich nehme mir China, oh, 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 ein buntes Stück Papier. Und egal wie, im Kreis den Schnipsel raus, und in Fantasie, wird da gleich was Neues draus. Dippa, Dippa Dippa Dopp Dippa, Dippa Dopp Dippa Dippa Dopp Dil mit Dippa Dopp Dippa Dopp Dipp Ippida Dopp Dib Dopp Untertitelung des ZDF, 2020